In diesem Video erkläre ich, wie Cannabidiol, CBD, mit dem Endokannabinoid-System des Körpers zusammenarbeitet. CBD interagiert mit dem Endokannabinoid-System des Körpers, einem komplexen Netzwerk von Rezeptoren, die im gesamten Körper verteilt sind und eine Rolle bei der Regulierung verschiedener physiologischer Prozesse spielen, darunter Schmerzempfindung, Immunsystemreaktionen, Stimmung und Entzündungen. Das Endokannabinoid-System, ECS, ist ein komplexes Kommunikationssystem im Gehirn- und Nervensystem von Säugetieren. Es ermöglicht die Interaktion von Cannabinoiden wie CBD mit dem Körper und reguliert wichtige Funktionen wie Schmerzempfinden, Stimmung, Appetit, Schlaf- und Immunreaktionen. Die Erforschung des ECS nahm ihren Anfang, als der Wissenschaftler Raphael Mischulam 1964 das Cannabinoid-THC isolierte, was letztlich zur Entdeckung der Cannabinoid-Rezeptoren CB1 und CB2 führte. CB1-Rezeptoren befinden sich hauptsächlich im Gehirn, während CB2-Rezeptoren im Immunsystem und in peripheren Organen vorkommen. CBD bindet sich nicht direkt an die Cannabinoid-Rezeptoren CB1 und CB2 im ECS, wie THC dies tut. Stattdessen wirkt es, indem es diese Rezeptoren und andere neurochemische Signalwege moduliert. Es besitzt entzündungshemmende, antioxidative und neuroprotektive Eigenschaften und kann auch die Wiederaufnahme von Neurotransmittern wie Serotonin hemmen, was zur Regulierung von Angstzuständen und Stimmung beitragen kann.